Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute gibt es für euch die Black Ice. 47 Schuss, 40 Sekunden Brenndauer, 40 Meter Effekthöhe. Hat auch 405 Effektladung, haben wir gekauft bei Lidl für 16,99 Euro. Ist von Veko Feuerwerk. Einer meiner Lieblingsbatterien. Ist auch eine teilweise Fächerbatterie. Es ist eigentlich eine Fächerbatterie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Jetzt für euch die Black Ice. Black Ice! Er sagt das. Er sagt das. Sehr, sehr schön. Er sagt das. Er sagt das. Vielen Dank.